Ja, liebe Kickers-Freunde, neben mir jetzt zwei weitere Neuzugänge, Leon Braun und Marvin Weiß. Lustiges Wortspiel, achtet auf den Nachnamen. Leon Braun, mit dir fange ich an. Und zwar, du bist Neuzugang von der SGV Freiberger Mekka, hast schon mal Vergangenheit aus der Kickers-Jugend und kommst vom gleichen Verein wie der Trainer. Wer hat wen mitgebracht? Ja, Kickers ist immer ein interessanter Verein. Ich freue mich jetzt auch wieder hier zu sein und die Sache gemeinsam anzupacken. Klar, dass der Trainer hier ist, umso besser. Freut mich natürlich schon dieses Jahr mit ihm sehr erfolgreich zusammengearbeitet, macht Spaß. Und darauf freue ich mich jetzt einfach. Ja, Marvin, wie weißt du, bist Neuzugang vom FH Elotissen, hast letzte Saison Höherklassik gespielt, Regionalliga Bayern. Ich glaube, da kam auch der Sebastian Schaller her. Weißt du noch, ob du mit ihm zusammengespielt hast, noch die Saison davor. Ja, sag mal was zu dir. Also ich bin Marvin Weiß, ich bin 24 Jahre alt, ich komme auch aus Stuttgart und habe jetzt zuletzt eben beim FH Elotissen gespielt und freue mich einfach wieder hier zu sein in Stuttgart und bei den Kickers ist umso besser. Bei so einem Traditionsverein hat man richtig Lust wieder. Ja, bei dir war es so, in der Presse, in der Stuttgarter Presse, habe ich letzte Woche gelesen, die Fans, äh Quatsch, die Fans, die Spieler gehen für ihren Trainer durchs Feuer. Kannst du das bezeugen als Ex-Spieler? Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, dass der Trainer, der Roman German, einfach selbst mit seiner eigenen Begeisterung für den Fußball, die er jeden Tag mitbringt, einfach schon einfach mitzieht und wenn man es nicht schon ohnehin von Haus aus hat, dann spätestens auf dem Platz mit ihm. Ja Marvin, bei dir, auf welcher Position bist du am besten aufgehoben? Auf welcher Position siehst du dich? Wo bist du am stärksten? Auf der 6 oder auf der 8, also im zentralen Mittelfeld. Okay, und bei dir? Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich. Ja, ich fühle mich da wohl, wo der Ball ist. Also ich habe den Ball gerne am Fuß, aber letztendlich habe ich einfach Freude, mit dem Team auf dem Platz zu stehen. Also spielt keine Rolle, hauptsache Fußballspielen. Gut, alles klar. Ich bedanke mich und wir sagen bei uns immer bei Kickers TV, rauf die Blaue! Rauf die Blaue! Rauf die Blaue! Vielen Dank! Vielen Dank!